Wir möchten Sie in die beste Position bringen, zu entscheiden, an wen Sie Ihr Unternehmen verkaufen. Woodbridge International, das global agierende M&A-Haus, hat über die Jahre die Prozesse entwickelt, die zu herausragenden Abschlüssen führen. Unser Geschäftsmodell ist einzigartig. M&A without borders. Und das meinen wir nicht nur regional, sondern besonders bezogen auf unser Denken, unsere Philosophie. Wir blicken über den Tellerrand und finden dabei oft kreative Lösungen für Sie. Unsere Rechercheteams in Amerika, Asien, Südamerika und Europa finden die fünf bis zehn wahrscheinlichsten Käufer für Ihr Unternehmen. Und darüber hinaus oft hunderte Interessenten weltweit. Unsere Ansprache ist dabei diskret. Vertraulichkeit hat höchste Priorität. Wir spezialisieren uns auf Unternehmen mit Jahresumsätzen zwischen etwa 10 und 100 Millionen Euro. Unsere erfahrenen M&A-Berater haben seit 1993 über 500 Transaktionen in den verschiedensten Branchen und Ländern erfolgreich abgeschlossen. Wir erstellen auch eine dynamische Videopräsentation für Sie. Interessenten gewinnen einen konkreten Eindruck von Ihrem Unternehmen und seinen Potenzialen. Und Sie entwickeln eigene Ideen über die Chancen, die sich für Sie selbst ergeben können. Wir generieren größte Nachfrage nach Ihrem Unternehmen und erzeugen Wettbewerb und damit ein Optimum hinsichtlich Wert, Preis, Bedingungen und Struktur für Ihre Transaktion. Die Ergebnisse sprechen für sich. Bei jedem zweiten Kunden übersteigt der Transaktionserlös seine Erwartungen. In 75 Prozent der Fälle verkauft unser Kunde sein Unternehmen an einen Käufer, von dem er vorher nie gehört hatte. Und 40 Prozent der Transaktionen im letzten Jahr waren grenzüberschreitend. Sprechen Sie uns an. Wir beantworten gerne Ihre Fragen und wir freuen uns, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen.